Ein bisschen Mathematik. Zum Aufwachen. Der Vortrag ist entstanden aus dem Problem, dass ich eben genau ein Protokoll reverse-engineert habe, wie ihr vielleicht aus anderen Vorträgen von mir kennt. Das war Iridium. Und wenn man einfach nur auf Daten startet und sagt, da muss doch eine Prüfsumme sein, das sieht doch wie eine Prüfsumme aus, aber um partout nicht draufkommt, wie diese Prüfsumme berechnet wird. Weil man möchte ja eventuell doch wissen, wie die Prüfsumme berechnet wird, um zu sehen, ob man das richtig empfangen hat, was man da gerade belauscht. Und ich habe im Internet gesucht, wie man das so tut, wenn man irgendein Problem hat. Vielleicht hat es ja schon jemand für mich gelöst. Das Einzige, was ich wirklich gefunden habe, ist ein, das kommt später in den Slides auch noch mal ganz kurz vor, ein Python-Ding auf GitHub, das CRC Brute Force heißt. Das letztendlich nichts anderes macht, als man gibt ihm die Daten, sagt, hier glaube ich, dass die CRC ist und dann probiert es einfach mal wild durch und schaut, ob es was Gültiges findet. Das ist irgendwie unglaublich uneffizient, dauert im Zweifelsfall irgendwie im Stundenbereich oder zumindest im Mehrere-Minuten-Bereich und hat bei mir nichts gefunden, weil es halt, es gibt halt auch noch gewisse Randbedingungen bei CRCs, die man dann auch noch durchprobieren muss. Und wenn man dann sich irgendwo in den Bits vertan hat, da ist vielleicht ein Bit zu viel oder ein Bit zu wenig, dann funktioniert dieses Tool nicht und dann schaut man in die Röhre. Und dann habe ich irgendwie weitergeguckt und habe eine Seite, die ich nachher auch noch auf der letzten Slide habe, von jemandem gefunden, der gesagt hat, da geht das, geht mit Mathematik auch. Ich habe aber seine Seite nicht wirklich verstanden, also das, was er gemacht hat, habe ich versucht, bin nicht zum Erfolg gekommen, habe mir dann gedacht, das muss aber doch gehen. Ich habe dann halt ein bisschen Wikipedia gelesen, ein bisschen rumprobiert und festgestellt, es ist eigentlich gar nicht so schwierig und mir ist eigentlich unerklärlich, warum das nicht schon irgendwie längst als Text existiert. Und um mich zu motivieren, das dann irgendwie nachher auch noch auf eine Webseite zu packen, habe ich mir gedacht, ich reiche mal schnell den Vortrag ein, damit das dann nachher dokumentiert ist und der Nächste, der das Problem hat, das vielleicht etwas leichter hat. Wie viele von euch wissen, was eine CRC ist? Schon sehr viele. Also ihr wisst auch, wie man sie so berechnet. Also grundsätzlich ist es halt eine Prüfsumme, die nur dazu benutzt wird, zu festzustellen, ob die Daten korrekt angekommen sind. Es ist nicht zur Fehlerkorrektur gedacht. Also man kann, es gibt noch andere Arten von Prüfsummen, mit denen man einzelne Bitfehler nachher noch korrigieren kann. Das kann man mit CRCs in der Regel nicht. Ganz schnell, für die, die es jetzt vielleicht doch nicht mehr parat haben, wie ich so eine CRC berechne, es gibt ein paar verschiedene Methoden. Die billige Methode, es einfach zu machen, ist, man nimmt seine Daten und schiebt die Bitweise um 1 nach links. Und immer wenn das Bit, was links rausfällt, eine 1 ist, dann x-ort man das Polynom, also die magische Zahl, die diese CRC berechnet. Obendrauf. Und wenn man alle Datenbits rausgeschoben hat, dann ist das, was in dem Register übrig bleibt, die CRC. Kleines Beispiel. Wenn ich als CRC-Polynom die 7 verwende. Also das ist so eine Sache, wie man das CRC-Polynom definiert. Genau genommen ist das CRC-Polynom an der Stelle hexadezimal 107. Also das oberste Bit, was nicht mehr zur CRC gehört, ist immer 1. Deswegen kann man das natürlich, wenn man darüber spricht, auch einfach noch schnell weglassen. Aber mathematisch gesehen ist es natürlich mit dabei. Jetzt nehme ich meine hex 42, schiebe die um 1 Bit nach links, dann habe ich keine 0 rausgeschoben. Eine 0 rausgeschoben, muss also nichts machen. Schiebe es nochmal 1 nach links, dann kommt halt 108 raus. Dann x-ore ich meinen Polynom, die 107 drauf. Bin bei 0xf und so weiter. Und das muss ich halt, wenn ich jetzt 8 Datenbits habe, habe ich alle 8 Datenbits rausgeschoben der Reihe nach. Und komme am Umschluss auf meine Prüfsumme, die in dem Fall 0xc9 ist. Soweit alles klar? Gut. Wenn man das auf der mathematischen Seite betrachtet, dann rechnet man bei CRCs mit Polynomen über dem Feld GF2. Also dem binären Feld, wo alle Zahlen nur 0 oder 1 sein kann. Das heißt, die Zahl 42 binär so dargestellt, würde man als Polynom x hoch 6 plus x hoch 1, also das sechste Bit und das erste Bit ist gesetzt. Also man fängt bei 0 an zu zählen. Und wenn man zum Beispiel zwei Zahlen addiert, nämlich 42 und 7, dann kann man die als Polynome ja addieren. Und dann käme 2x hoch 1 raus. Und weil das eben über dem binären Feld ist, ist 2 auch gleich wieder 0, so wraparound-mäßig. Und das heißt, das wäre dann 42 plus 7 mathematisch an der Stelle gesprochen ist 45. Und das ist das, was wir als XOR kennen. Nur so als Einführung. Eine CRC selber berechnen ist dann aus mathematischer Sicht eine Division. Dazu dividiere ich einfach die Zahl als Polynom durch das CRC-Polynom. Dazu muss ich die Zahl vorher noch so viele Bits nach links schieben, wie die CRC nachher lang ist. Und wenn ich das in irgendein Computer-Algebra-System eintippe oder es auch per Hand mache, dann kann man sich die Wikipedia-Seite anschauen, kommt genau wieder diese Prüfsumme raus. Die paar Effekte, die bei einer CRC auftreten, ist, dass wenn ich auf diese Weise eine CRC berechne und vorne an die Nachricht 0 Bits anhänge, dann kommt genau der gleiche Wert raus. Weil wenn ich in meinen Nullregister, wir erinnern uns vorher an die Berechnung, 0 Bits reinschiebe, dann schiebe ich vorne auch immer 0 Bits raus, dann erinnert das nichts an den Wert. Das heißt, ich kann auf die Weise nicht feststellen, ob vorne an der Nachricht extra 0 Bits dran sind. Der Trick, den man da machen kann, ist, man kann eine CRC-Berechnung anfangen, indem man in dieses Register als Initialwert eben nicht 0 reinschreibt, sondern was anderes, meistens lauter 1 Bits, also minus 1 sozusagen, dann tritt dieser Effekt nicht mehr auf. Aber das ist einer dieser Fälle, wo die CRC-Berechnung ist eben nicht nur das Polynom, sondern eben auch der Initialwert in dem Register. Der ist meistens entweder 0 oder eben ff, aber man weiß es nicht. Und der zweite Effekt von CRC ist, wenn ich eine CRC mit dem gleichen Polynom berechne über die Message, mit der CRC hinten anhängend, dann kommt 0 raus. Weil der letzte Schritt im Prinzip ist, die Prüfsumme mit hineinzurechnen, das geht sich halt, ich will das jetzt nicht detailliert ausführen, geht sich genauso aus, dass 0 ist. Das hat den Effekt, wenn ich in diese Kombination hinten noch 0 Bits anhänge, dann kann ich das wieder nicht feststellen. Also ich kann als CRC prüfen, als Empfänger ist die billige Methode eben, ich berechne einfach die CRC über die gesamte eingekommene Nachricht und wenn dann hinten 0 rauskommt, dann bin ich glücklich. Dann kann ich aber nicht feststellen, ob jemand die Nachricht mit 0 Bits hinten gepaddet hat, wenn eventuell mein Empfänger irgendwie zu viel empfangen hat. Das kann ich auch wieder machen, indem ich den Schlusswert, den ich aus der CRC-Berechnung bekomme, mit irgendwas X-Ohre, eben wieder mit 0 XFF meinetwegen. Dann kann ich allerdings nicht mehr diesen Effekt machen, dass ich einfach die CRC anhänge und eine neue CRC über die kombinierte Ding berechne, sondern muss ich halt wirklich prüfen, ob der Schlusswert genau der richtige Wert ist. Kommen wir zum Reversen. Da ist dieses BruteForce-CRC-Tool, was es auf GitHub gibt. Auf Sourcewatch? Ich glaube, es gibt es auch auf GitHub. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, das dauert alles ein bisschen länger und man muss sich relativ sicher sein, wo man seine CRC anfängt und auch aufhört. Das war für mich nicht so der Hit. Deswegen habe ich mir dann die Mathematik angeschaut. Für die Mathematik brauchen wir zwei Sachen später. Ist aber nicht so wichtig. Wenn ich eine CRC berechne über eine Nachricht, die aus zwei Teilen besteht, kann ich auch die CRC über die erste Hälfte berechnen und die zweite Hälfte mit der CRC-X-Ohren und darüber wieder die CRC berechnen. Das ist der gleiche Wert. Das benutzen normale CRC-Implementierungen. Also wenn ich eine Nachricht habe, die länger als die CRC-Länge ist. Wenn ich eine 8-Bit-CRC berechne, dann ist meine Prüfstumme ja nur 8-Bit und dann kann ich den Status von vorherigen Berechnungen ja in 8-Bit halten und muss nicht immer die ganze Message haben. Wenn ihr in irgendeiner Programmiersprache eine CRC-Implementierung habt, gibt es meistens eine Funktion, die inkrementell CRC berechnet, wo man sagt, jetzt stopfe ich 5-Byte rein und dann stopfe ich nochmal 10-Byte rein und so weiter. Und die funktioniert halt auf diese Weise. Und das Zweite ist, CRCs sind linear. In dem Fall ist die XO, also die Addition, die XO-Operation ist transitiv. Ich kann die CRC über zwei Messages, die ich miteinander X-Ohren berechne, indem ich einfach die einzelnen Messages CRC berechne und die CRCs X-Ohren. Das ist, als Beispiel habe ich hier halt mal von allen für ein hier unbekanntes Polynom für jedes Bit die CRC berechnet und jetzt will ich halt für die Zahl 42 zum Beispiel die CRC berechnen. Das ist, dann suche ich mir halt die beiden Bits raus, X-Ohren die miteinander und habe meine neue CRC. Das heißt, ich kann, wenn ich eine CRC reverse-engineeren möchte, kann ich im Prinzip mich darum kümmern, dass ich weiß, für jedes einzelne Bit der Nachricht, was der CRC-Wert ist und könnte dann die CRC, also diese Prüfsumme, einfach berechnen, ohne zu wissen, was das Polynom ist. Wenn ich einfach genügend Testnachrichten schicke, die jeweils nur ein Bit gesetzt haben, kann ich daraus meine Prüfsumme berechnen, ohne dass ich das Polynom kennen muss. Was hierbei aber auftritt, ist, wenn ich die CRC um ein Bit, also eine berechnete CRC um ein Bit nach links schiebe oder den Input um ein Bit nach links schiebe und davon die CRC berechne. Wenn wir uns erinnern an die billige Methode, wie ich die CRC berechne, dann schiebe ich dieses Register ja um ein Bit nach links und wenn das rausgeschobene Bit 1 ist, dann X-Ohre ich das Polynom rauf. Das heißt, diese Gleichung, die da oben steht, die ist entweder 0 für eine CRC oder genau das Polynom. Das heißt, ich kann also meine einzelnen Bits nehmen und jeweils in dem Fall die Zeile drüber mal 2 nehmen und auf die CRC der nächsten Zeile draufrechnen. Hier. Und dann kommt halt hinten raus entweder 0 oder das Polynom. Je nachdem, wie der interne Status der CRC an der Stelle ist. Entweder wenn ich ein 1-Bit rausgeschoben habe hinten, dann bekomme ich das Polynom raus und wenn ich ein 0-Bit rausgeschoben habe, dann ist dieses X-Ohre halt neu. Das heißt, auf diese Weise kann ich, wenn ich für einzelne Bits die CRC-Werte habe, rausfinden, was das Polynom ist. Jetzt kommt der ein bisschen eklige mathematische Teil, den ich hier ein bisschen sanft drüber hinweggehe. Das funktioniert, also dieses Beispiel hier, funktioniert, wenn ich mich am Anfang der CRC befinde. Das heißt, wenn das Register, was da existiert, vorne 0 ist, also vorher noch keine Bits in der CRC waren. Wenn da schon Bits drin waren, nämlich in dem Fall eine unbekannte Nachricht P oder ein unbekannter Status P vorne an der Nachricht und ich mache diese gleiche Mathematik, also das habe ich vor zwei Slides gezogen, und forme das ein bisschen um, dann kommt das raus, was ich da in der letzten Zeile habe. Die allerletzte Zeile ist wieder dieses, die CRC von X um ein Bit nach links geschoben, X-Ohre mit der CRC von dem Bit um eins nach links geschoben. Das wird aber noch GX-Ort mit dem Ausdruck, der eine Zeile drüber steht, der aber konstant abhängig ist von dem vorherigen Zustand. Das heißt, der Vorteil an der Stelle, also, das heißt, es kommt nicht 0 oder das Polynom raus, sondern eine konstante Zahl GX-Ort mit 0 oder die konstante Zahl GX-Ort mit dem Polynom. Ja? Das ist ja kein Problem. Das heißt, wenn ich in einer CRC mache, wo ich vorher irgendwas Unbekanntes stehen habe, was konstant ist, mache das gleiche Spielchen, X-Ohre immer die Zeilen mit dem mal 2 multiplizierten von der vorherigen Zeile, dann kommen zwei verschiedene Werte raus. Wenn ich die beiden miteinander X-Ohre, komme ich dann wieder auf das Polynom, weil ich dann die konstante fällt raus. Eine konstante mit sich selbst GX-Ort ist 0. Und das ist eigentlich schon alles, was man an der Stelle irgendwie wissen muss. Der Teil, der dann vielleicht noch spannend ist, ist, ich kann ja eventuell nicht einzelne Bits in dieser Nachricht selber senden, sondern ich bekomme irgendwelche Nachrichten, die ich gesnifft oder was auch immer habe, habe also irgendwie einen Berg von Daten, wo die CRC drauf berechnet ist und will die irgendwie schön auflösen, dass ich da einzelne Bits habe. Was man einfach macht, das ist, wie ich vorher gesagt habe, CRCs sind linear. Das heißt, ich kann zwei Zeilen einfach auf X-Ohren. Vielleicht erinnert sich da irgendjemand schon dunkel an die Schule. Das ist einfach nur ein lineares Gleichungssystem mit halt entsprechend vielen Unbekannten, wie viele Bits in dieser Nachricht sind. Das kann man entweder per Hand machen. Das ist sehr, sehr mühsam. Oder ich nehme einfach irgendein beliebiges Computer-Algebra-System. In dem Fall habe ich jetzt Sage genommen, was halt auch was frei ist und auch unter Linux wunderbar läuft. Und das kann es dann für mich. Dann habe ich ein Beispiel hier für die EH gemacht. Das ist die Art, wie ich das in Sage schreibe. Ich sage halt, ich habe eine Matrix, die gilt über dieses GF2, also dieses binäre Feld und habe halt vorne meine Daten und hinten meine Prüfsummen. In dem Fall sage ich Sage noch mit Subdivide 8, dass er da, wo jetzt hier diese Spaces sind, nachher später eine Linie einzeichnen soll. Die hat aber für die Berechnung keine Auswirkungen. Und dann sage ich ihm, er soll mir das in Dreiecksform bringen, also für ein lineares Gleichungssystem, um es zu lösen. Was Sage dann ausgibt, ist das hier. Da sehen wir, wir hatten genug Informationen in der Eingabe, um jedes Bit einzeln quasi herauszufinden. Die Tatsache, dass da unten eine Zeile mit 0 ist, sagt uns, dass wir sogar eine Inputzeile zu viel hatten. Die hat keine weitere Information mehr geliefert. Und damit habe ich für jedes dieser Bits hinten die jeweils passende CRC. Und wenn man da so mit dem Auge draufschaut, sieht man schon, dass da eben auch dieser Shift mancher Zeilen um ein Bit mehr oder minder reflektiert ist. Und wenn ich dann diese Zeilen einfach rausnehme, mir in Hex darstelle, dann wieder dieses Spiel mache, die jeweils andere Zeile mit 2 multiplisiert drauf zu X-Ohren, dann kommt wieder genau dieser Effekt raus. Und dann weiß ich, ah, das Polynom für diese Geschichte war in dem Fall 0x131. Das Ganze funktioniert natürlich auch wunderbar für längere CECs. Also ich habe das jetzt in allen Beispielen nur mit 8 Bit gemacht, weil sonst passt es nicht auf die Slides. Jetzt wollte ich noch, damit ihr seht, dass das nicht nur ein theoretisches Ding ist, noch schnell mal ein Realwelt-Beispiel dazu vorführen. Das ist aus eben meinen Iridium Shortburst Data Segments. Das ist jetzt extrem kleiner Font. Ich habe hier alle Nullen durch Unterstriche ersetzt, damit man halt auch wirklich sieht, wo da was ist. Weil Nullen und Einsen kann man in der Größe nicht mehr sehen. Aber man sieht zumindest in den Daten, die ich empfangen habe, relativ stark, dass da ganz hinten am Ende, das wird wohl eine Prüfsumme sein. Also das ist das, was mich zu dem veranlasst hat, dass da wohl eine CEC-Prüfsumme ist. Also der Verdacht war, dass es eine CEC ist, das wussten wir zu dem Zeichwort nicht sicher. Aber die Chance ist schon relativ hoch an der Stelle. Genau, und das Ganze nimmt man dann und schmeißt es also in passender Formatierung halt in Sage rein. Und das tut jetzt bei diesem Input-File, dauert es irgendwie 14 Sekunden und dann kommt das raus. Wie man sieht, ist da am rechten Rand noch relativ viel Müll. Das sagt mir, ich habe nicht genügend Input gehabt, um wirklich alle Bits aufzulösen. Ich müsste halt noch mehr Input reinwerfen, um das wirklich aufzulösen. Also um das komplett zu lösen. Und auch diese Sprünge in den Einsern sagt mir, dass ich manche Bits einfach gar nicht gesehen habe. In keiner meiner Nachricht, da wo in der Diagonalen die Einsen fehlen, habe ich keine einzige Nachricht gesehen, in der dieses Bit gesetzt ist. Ist aber jetzt nicht so ein Problem, weil wir sehen, es gibt da ein paar Zeilen, die er trotzdem sehr gut auflösen konnte. Für die quasi diese Bits da vorne, für diese fünf Bits da oben und dann die zwei und die drei da unten, war jeweils genügend unterschiedlicher Input vorhanden, um die aufzulösen, bis auf den Teil hinten, wo die CRC dann zu sehen ist. Und dann nehmen wir einfach diesen Schnipsel und hier jetzt zur Verdeutlichung mal die mittleren Nullen dann rausgeschnitten, weil sonst kann man ja nichts lesen. Da sehen wir auch wieder am rechten Rand dieses Verhalten, dass es da um ein Bit geschifftet wird. Und wir sehen auch, dass da hinten vermutlich noch, also in der Praxis war es so, dass dann eben da hinten immer noch vier Nullbits dran sind. Was mit ein Grund ist, warum man mit einem CRC Brutforcer nichts gefunden hat, weil wenn da hinten noch mal leere Nullbits dran sind, dann geht es halt irgendwie schief. Oder irgendwelche Bits. Und dann schnappe ich mir diese, das sind in dem Fall 16 Bits, das sieht schon mal ganz, ganz, ganz plausibel aus. Dann nehme ich diese 16 Bits, schneide ich es mir raus, rechne sie in Hex um, nehme dann halt wieder jeweils die Zahl mal zwei und x eure sie drauf. Dann kommt in der Zahl ein Null raus, in der Zahl auch Null raus. Und in der Zahl kommt dann eine Zahl raus. Jö, das ist unser Polynom. Jo, und das stimmt dann auch. Das habe ich dann implementiert und das hat dann funktioniert. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, warum ich das mit dem Brutforcer nicht tatsächlich gefunden habe, aber ich war wahrscheinlich auch einfach zu ungeduldig und habe nicht alle Varianten korrekt durchprobiert. Und das ist eigentlich alles, was ich zu dem Thema sage. Ich habe hier noch ein paar Links. Also Sage ist ein relativ schnuckeliges Computer-Algebra-System, die auch eine Web-Oberfläche haben, die cloud.sagemath.com, wo man das Ganze tatsächlich auch einfach live online machen kann, indem man da zumindest seine Testgrößen, also wenn man hinreichend große Arrays da reinwirft, dann ermotzt er einen irgendwann an, dass der Output zu groß ist und dann muss man irgendwie das Ding umkonfigurieren, dass es einem den Output überhaupt gibt. Das ist ein bisschen mühsam. Wer sich für die Mathematik interessiert, kann sich auf der Wikipedia nochmal die Details nachlesen. Und die eine Webseite, die mich auf den Gedanken gebracht hat, dass es überhaupt geht, ist die ganz unten. Das ist eigentlich alles. Ein Ding zu der Sage Cloud, muss ich noch sagen. Ich hatte ein Worksheet vorbereitet, dass das auch nochmal live auf der Cloud irgendwie zeigen kann, wie das geht. Leider gab es dann einen kleinen Schluck auf und stattdessen, statt einem schönen Worksheet gab, hat es mir komische Java-JSON-Barf entgegengeworfen, wo irgendwie Teile meines eingetippten Textes drin sind. Deswegen kann ich das jetzt leider nicht zeigen. Ich hatte keine Zeit, mir das irgendwie zu reparieren. Aber wenn jemand Interesse hat, damit rumzuspielen, ich habe jetzt nur ganz simpel auf meinem Web-Server unter... Das muss man vielleicht auch noch rüberschieben, damit man das sieht. Auf mcp.42.org.clc ein kleines Perl-Skript hingelegt, das ein Beispiel generiert. Also das ist... Das ist der Output von dem... Hallo? Oh, das Internet. Ja. Okay, also das ist das eine Beispiel, was ich gezeigt habe, wie man das mit Sage macht. Das ist das Perl-Skript, was das Beispiel generiert. In dem Sage ist dann der Input. Wenn man das dann durch Sage durchlaufen lässt, kommt in Out der Output. Und wenn man aus dem Output den Prüfsummenteil rausschneidet, was in dem eh.poly drin ist und das durch bin, durch to poly jagt, dann gibt es einem das Polynom aus. Falls jemand keine Lust hat, die Schritte, die ich in den Folien beschrieben habe, irgendwie selber per Hand nachzuimplementieren, sind da zwei kleine Skripten. Aber wie gesagt, der Aufwand ist eher gering, das zu tun. Damit wäre ich eigentlich schon fertig. Es gibt irgendwelche Fragen. Soll ich noch irgendwas zeigen? Nein? Da hinten? War das Polynom für die verschiedenen Review-Nachrichten alles verschieden? Also das war jetzt nur für die Short-Burst-Data-Nachrichten und für die ist das immer gleich. Aber das erste, was du gemacht hast, war ja eigentlich die Pager dann rein. Für die Pager habe ich das nicht mit der Methode gemacht. Für die Pager habe ich tatsächlich noch, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ich glaube, bei den Pagers habe ich es noch mit Rumprobieren und Brutforce gemacht. Das war auch eine CRC. Die wäre auch so gegangen, nur damals wusste ich das noch nicht. Damals habe ich es, glaube ich, noch mit der Methode gemacht, dass wenn man das Polynom korrekt hat und die CRC berechnet über die Nachricht plus das CRC-Prufsumme, dann soll ja Null rauskommen. Und wenn man da irgendwie den initialen Status oder ein paar initiale Bits, die Konstanz sind falsch hat, dann kommt nicht Null, aber ein konstanter Wert raus. Auf diese Weise kann man dann schon erahnen, dass man das Polynom zumindest richtig erraten hat. Ich habe damals, glaube ich, mehr selber rumgebrutforst und noch nicht das Internet befragt, wie man das besser macht. Noch andere Fragen? Nein. Ah ja. Einen Moment. Das Problem, das du da beschrieben hast mit den CRCs, für mich wäre die intuitive Lösungsstrategie, das mit einem SAT- oder SMT-Solver zu lösen, zum Beispiel über eine Circuit-SAT-Repräsentierung von dem CRC. Ja, das geht wahrscheinlich auch. Und ich würde vermuten, dass es schneller geht als diese 14 Sekunden für die Eingaben der Größe, die du da gezeigt hast. Wolf, wisst du, ob du das in Erwägung gezogen hast? Nein, habe ich nicht in Erwägung gezogen. Das war tatsächlich so, dass ich mir den mathematischen Teil so ein bisschen hergeleitet habe und dann gesehen habe, dass ich eigentlich nur die Zeilen miteinander x-ohren muss, damit ich auf die einzelnen Bits komme. habe mich dann erinnert, dass ich das in der Schule zum Lösen lineare Gleichungssysteme gemacht habe und habe mir gedacht, das kann doch ein Computer für mich machen und habe dann genau den Ansatz genommen. Wahrscheinlich könnte ich das mit einem SAT-Solver auch machen. Ich muss allerdings zugeben, obwohl ich schon mehrfach davon gehört habe, da habe ich noch nie was mit einem SAT-Solver gemacht und deswegen war das nicht mein erster Gedanke an der Stelle. Das würde aber wahrscheinlich auch gehen. Aber so hat man mein Dafürhalten ein bisschen mehr Verständnis dafür, was da passiert. Ja. Anzeichen der CAC von irgendeinem Error-Correction-Code oder sowas zu unterscheiden? Also die Methode, das auf die Bits aufzulösen, funktioniert bei allen Prüfsummen, die linear sind. Also theoretisch kann ich mir vorstellen, eine Prüfsumme zu haben, die linear ist, aber keine CAC. Dann würde bei dem letzten Schritt, den wir gemacht haben, das Polynom zu bestimmen, ein Quark rauskommen. Würden die Bits, könntest du einfach mit der Matrix, der Bits, trotzdem diese Prüfsumme berechnen. Mir ist allerdings das bisher nicht untergekommen und mir fällt auch ad hoc nichts ein, dass das tut. Ich wollte das mal für BCH-Prüfsummen probieren, weil ich mir nicht sicher bin, ob die auch linear sind oder nicht. Hatte aber nicht nur die Zeit, das auszuprobieren. Du würdest halt letztendlich sehen, wenn ich das in Sage reinschmeiße und in die Dreiecksform bekomme, dass dann hinten völliger Quark rauskommt. Also wenn ich diese Shift-Operation mache, um dann das Polynom zu bestimmen und da kommt zwischen jeden Zeilen was anderes raus, dann ist es dann ist irgendwas faul. Dann ist es möglicherweise keine CRC oder zumindest keine lineare Prüfsumme. mcp.42.org slash CRC Okay. Noch irgendwelche Fragen? Okay, dann danke ich euch allen. Applaus